Hallo liebe Leute, heute gehen wir mal der Frage auf die Spur. Wo ist die Brust der Gans? In vielen Rezepten steht, dass man die Brust der Gans nach oben in den Backofen legen soll. Ja, und nun stellen sich sicherlich einige die Frage, wo ist eigentlich die Brust der Gans? Wenn man die Gans hier so aus dem Supermarkt gekauft hat, ist nicht sofort erkennbar, wo die Brust der Gans ist. Aber hier zeige ich es euch mal. Also so wie es jetzt liegt, ist das hier die Brust der Gans. Und hier ist die andere Brust. Die Keule hängt so nach unten. Hinten hängt auch die Keule nach unten. Der Flügel ist hier so. Ja, und das ist dann sozusagen der Rücken. Ja, somit haben wir das auch geklärt. Hier ist die Brustseite der Gans. Und hier ist es so. Ja, das ist ja so. Und hier ist das. Und hier ist das. Und hier ist das. Vielen Dank.